Ja, wie immer bei so einem Mannschaftsfoto, wenn es doch ein wenig kalt ist und man sitzt draußen mit kurzen Ärmel, dann dauert es ein bisschen länger. Bei Rapid dauert es noch ein wenig länger, weil die Sponsoren auch dabei sind, aber die Mannschaft hat riesen Spaß dabei gehabt und das ist auch wichtig. Gerade das Mannschaftsfoto geschossen, das war sehr unterhaltend. Ist das der Spaß, den man auch braucht in so ernsteren Wochen wie jetzt gerade? Ja, das ist sicher so. Ich glaube, wir sollten nicht den ganzen Tag mit einem traurigen Gesicht durch die Gegend laufen, sondern ab und zu auch mal einen Spaß und dann, glaube ich, wird es am Platz auch wieder lustiger für uns werden. Bis zum nächsten Mal.